Weil ich glaube, das kann ich mit denen, was ich da noch zur Verfügung habe, einfach mir sparen. Gleiches Spiel am Anfang, wir werden die Posten so schnell möglich. Ich sollte ihn sein Dings-Produktionsgebäude vorbauen lassen. Sein Einheiten-Gebäude. Kommt alle mal zurück. Das ist vielleicht ein super Trick. Dummerweise habe ich es jetzt schon übernommen. Neustart. Ich muss diese Basis dazu bringen, dass sie ihr Einheiten-Gebäude baut. Das heißt aber, ich kann so ziemlich alles aus dem Weg rollen. Was mich sonst noch irgendwie stört, okay. Der wird jetzt nochmal so ein Dings bauen. Erwarte Befehl. Gehe. Bereit. Erwarte Befehl. Bereit. Gehe. Ja, komm. Nicht, dass ich dir jetzt schon zu viel Schaden gemacht habe. Ich kann übrigens nicht sehen, was er da tut. Ne, ich glaube, ich habe ihm schon zu viel Schaden gemacht. Er kann sie es nicht mehr leisten. Unterstützung abgelehnt. Unterstützung gibt es auch nicht. Da kommen diese Dingsdinger. Er baut gerade nichts. Das ist schade. So, dann. Beleid. 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 Unterwegs. Wie schnappt das? Ich will nur den Turm hier ausschauen. Diesen Turm. Nichts anderes. Dann schicken wir mal den nicht bewaffneten Transporter rein. Der vielleicht irgendwann mal da ankommt. Den stellen wir mal vor die Mine. Was bist du? Ja, du bist das Fabrikationsgebäude. Perfekt. Dann kann ich dich... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hört damit auf. Alle aufhören. Alle aufhören. Seid braver einheiten. Hört das. Lass das sein. Er hat's gebaut, ich hab's gehört. Das ist meins, das ist meins, da oben steht's irgendwo. Er hat das Fußtruppengebäude gebaut, verdammt! Die Robot Factory war nicht das, was ich suchte. Okay, Neustart. Wir sind 2140, das war unser Song, welchen Song wollt ihr als nächstes hören? Den gleichen Song nochmal, den gleichen Song nochmal, ja den gleichen Song nochmal, dann spielen wir den gleichen Song nochmal. Genau so ist das passiert. Ja. Ja. Ihr könnt auch von hier unten schießen, aber ich muss euch das ja nicht sagen. Ihr wisst das ja eigentlich. So. Die Einheiten brauche ich denn da oben. Das hat ja jetzt leider nicht gut gemacht. Achso, die sind da oben gefahren, deswegen... Das ist die Robot Factory, jawohl. Das heißt, ich muss die anderen hier runterstellen. euch aber nicht. Bereit. 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 Er war zu befehl. Bereit. Jawohl. Er war zu befehl. Bereit. Geh hin. Nein, ich will nicht nur die Dings kaputt machen. Die Fußtruppen. Nicht alle. Jetzt muss er so langsam mal das andere Gebäude hoffentlich ausspucken. Ja, er verstärkt seine Gebäude dummerweise. Das ist das Forschungszentrum. Das interessiert mich nicht. Ich hoffe, er hat schon mal mit dem anderen angefangen zu bauen. Das könnte er kaputt machen. Wobei kann ich überhaupt seine Einheiten bauen? Äh, 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 äh... Das ist das Schwör. Ich habe ihn. Dass wir hier nicht sind. Er ist aber auch ein Link. Er war mir. Das ist das Problem, vielleicht. Ich bin ein Akt. Sagt, wenn du an einen persönlichen Verbänden bei dir weißt. Ich glaube, das kann ich schon mal machen. Er kann sein Geld doch nicht die ganze Zeit in Robots verpulen. Und das Ding interessiert mich tatsächlich nicht. Ach, jetzt war das so. Hör auf, auf die... Wie zum Teufel kann man eine Mission schaffen. Hmm. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich Ja, klar, jetzt baut er das Ding wieder Ich suche gerade nochmal der Aluso Klassischerweise für die UCS habe ich Was gefunden Dummerweise hilft mir die UCS Jetzt gerade nicht direkt Da kommt das Forschungszentrum, oder? Dann lassen wir doch das Forschungszentrum bauen Mein Problem wird nur sein Irgendwann wird er die Einheit hier so gut verstärkt haben Dass ich da nicht mal reinkomme Ist das dann ein Guide zum noch besser verliert? Ja, genau der Und vor allen Dingen Er verbraucht mir die ganze Zeit die Ressourcen, die ich eigentlich haben möchte Was noch schlimmer ist Auf der anderen Seite kann ich natürlich für 12.000 Fußtruppen bauen Oder für wie viele Tausend wir da verballert haben Komm Ich hätte gerne so langsam mal Dass du was Vernünftiges baust Oh, wisst ihr was mir da noch einfällt? Dieses Spiel hat kein Autosave Ne, so wird das eigentlich auch nichts Ne, einfach ne Ne, einfach ne, einfach ne Ne, einfach ne